Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hans-Peter Endler und möchte euch mitnehmen in die atemberaubende Welt unserer Ozeane. Hier zeige ich euch besondere Fische, die man nicht an jeder Ecke zu sehen bekommt oder wenn sie in Action sind. Angefangen von großen Fischen wie Mantas oder Walhaie über die gefährlichen Vertreter ihrer Art. Die giftigen Vertreter wie der Blue-Ring-Oktopus bis hin zu den kleinsten Tieren, die kleiner sind wie ein Fingernagel, aber wunderschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, ebenso wenn ihr meinen Kanal abonniert. So verpasst ihr keines meiner Videos. Das Abo ist für euch kostenlos, verpflichtet euch zu nichts, hilft mir aber dabei meinen Kanal zu betreiben. Ihr braucht dafür nur einen Google oder YouTube Account. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bleibt begeistert. Bis zum nächsten Mal.